hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von skyrim special edition modded ich habe eine tour gefunden ja 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 jetzt ein part einiges zu tun hier okay du bist leer da waren wir drinnen labyrinthien an die da wollten rein genau wurden da rein ja wir sind nämlich hier irgendwo gelandet ich weiß ich muss das hier ist so genau ich dachte wir gehen mal rein schauen kannst du nicht außer sterben genau yes we will die gut schallidos muss sie immer rein sucht ich beim schleichen das ging aber schnell ich weiß nicht was uns hier erwartet nix ich weiß es nicht ich habe keine ahnung ich gehe mal hast du was gerochen ich nicht oh je ja ein labyrinth ja das glaube ich ich verlaufe mich doch drachen pflanze los kloppen los kloppen gut nicht gut nicht gut ein gold ein gold ich trau mich nicht ich nehme die blumen mit was hat das mit diesen die man auf sich starb der furcht starb der magie nichts starb der abwehr starb der feuer blitze ein geschenk oder passiert jetzt was ach hier ich möchte dir eine tauschen ich glaube ich habe was für dich bitte schön dir bitte schön bitte schön ich weiß nur noch nicht wohin aber die blumen nehmen wir mit die auch ich habe so eine komische fürchtung hier oder habe ich es gibt feinde da sehe ich meine befürchtung war berechtigt aber hier ein wort der macht give it to me baby komm schon wieso nicht mord der macht gelernt furcht unbehagen sehr schön sehr schön nein nein nicht so schnell hier aktivieren so und die schwach und die schwachen sollen den tu um fürchten und vor schrecken fliehen aha moment na so schnell was los so empfindlich heute machen wir auch mal zu favoriten können wir ja mal ausprobieren nehmen die blumen noch mit und und ich denke das sind untote die haben eh keine seele na dann würde ich gerne eine elfenbogen eine ladung verpassen und die blumen mitnehmen ich glaube ich bin jetzt einmal außen rum ne oder oder wir müssen irgendwie da rein den weg reingefunden ich habe keinen gesehen schon wieder einmal rum ach da ach da wieso nicht komm da nicht rein öffnen klappe was muss ich denn machen wird das vielleicht noch zu irgendetwas du gib mir mal die stäbe zurück wo ist sie hin wo sind die hä hm sind die abgehauen haben die angst gekriegt denken die sich dass sie ihren scheiß alleine machen oder wie ja hallo ja hallo aber ah 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 danke und ich will ja vorbei verdammt verdammt ich komm da oh er ist doch festgebackt ich kann ja nie mit dem reden noch nie dé nee es verändert sich nix geht doch mal alle hier vorbei beiseite danke das ist eine katze oder so höll auf hab dich ganz genau gesehen kätzchen muss man das mit den stäben machen deswegen wollte ich ehrlich stehen also irgendwas müssen wir machen um da rein zu kommen aber ich weiß nicht was vielleicht gehört das noch zu einer quest ich habe keine ahnung oder muss ich die maske wieder aufsitzen moment aber das mache ich bei denen ich will nicht allein ich weiß ja nicht was mir da erwartet so ok holzmaske jetzt macht die holzmaske nichts bleib mal hier wo läufst du hin annett ich kann mit dir auch nicht reden holzmaske wieder absetzen hallo ja die sind im kampf da ist eine ratte oh man wie eine ratte macht ihr jetzt samtam irgendwas muss man vielleicht machen oder ist das questbeginn bedingt ein ihr wisst schon ich könnte ja wagen so da rein zu springen was man vor f5 weißt du was ich meine da komme ich gar nicht hin wie komme ich denn da hin am besten moment weil ich kann mit ihr nicht reden ich kriege meine stäbe nicht wieder ich komme hier auch nicht vorbei ja was ist denn das ja komm wir gehen wieder raus die sind jetzt aggro da ich kann mit denen nicht reden ich pickst dich in einem kann ich jetzt mit dir reden blödkuchen nein komm wir nicht ich komme auch nicht da rein ich weiß nicht wieso weshalb aber wie ist er doch blöd wegen einer ratte so ein tamtam hier zu machen labyrinth ja ratte mein experiment wie schlau ist eine ratte schafft sie es nach rauszukommen ich komme auch nicht da hoch oder so ich habe keine ahnung nicht hier ich würde ja aber geht ja nicht hier vielleicht sammeln hier geht es auch nicht ich glaube es war nicht der sinn der sache dass man so da rein geht oder keine ahnung Ich bin da rein. Kommen wir mal nicht rein. Nein, kommt man nicht rein. Okay, dann hat sich das erledigt. Aber da gab es noch eine andere Tür. Vielleicht kommen wir da durch dann. Anders kommen wir da nicht hin. Die sind jetzt... Ja, halt die Klappe. Die sind jetzt... Vielleicht hätten wir die Stäbe nicht nehmen sollen. Hä? Wie ist die Ratsche denn da rausgekommen? Interessant. Kommt, Kinder. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Es bringt nichts, wenn ihr da jetzt da hinten rummacht. Nehmen wir da raus. Es gab noch eine andere Tür. Die können wir ja mal machen. Weißt du nicht mehr wo. Oder es gehört zu einer Quest. Oder ich muss von ihr die Stäbe nehmen, dass man das mit den Stäben machen muss. Du kannst in einer Schmiede Drachenknochen waffen. Da beginnt es der Held. Oh, ich glaube, ich habe sie verärgert. Sie ist nicht mehr dabei. Okay. Sie ist nicht mehr dabei. Irgendwo gab es noch eine Tür, aber ich weiß nicht mehr wo. War das da oben? Ich habe es vergessen. Ja. Sie ist sauer. Sie hat sich festgebackt. Ah, hier war noch eine Tür. Öffnen. Vergessenes Waldguck. Oder waren wir da schon drin? Alle Gifte, die auf ausgerüsteten Waffen aufgetragen wurden, sind beim nächsten Treffer wirksam. Tatsache, sie ist nicht da. Tschüss, sie ist nicht da. Doch, ein Mann kann auch bleiben. und Sie hat sein Waffen aufgetragen الق deliberately. Sie leben eher aufgetragen und sie lernen zusammen. Und die größte Jahren herrere, weil das vom Kiste gewachsen wird besser 허陽. Die métieren pair nicht aufgelandet werden. wird nicht da. Ver Österreich varypreischt. Zurich wurde egal, Ich habe schon gedacht, dass das fallen ist. Konntest du nicht aufpassen? Okay. Hier ging es weiter. Wollen wir weiter? Ach du Blödmann. Ja, sorry. Okay. Ich habe noch einen Fall im Bogen. Aha. Was? Heavy? Nein. Oh ja, nein. Heavy Armor. Okay. Ich habe mich doch schon. Hässliches etwas. FM, nein. Salz? Ich weiß nicht, wo wir hier gelandet sind. Ist ein bisschen gruselig. Ist alles leer? Was haben wir hier? Gold. Salz. Salz. Kommt doch gleich einer raus. Salz. Oh. Diesmal. Was hat das Schönes? Nichts. Oh. Nee, noch nicht. Sind noch welche? Oder war zumindest noch einer? Nein, irgendwo. Der ist im Boden verschwunden. So, sag ich doch, da ist nur noch einer. Guck, guck. Hallo, hallo. Ja, hallo, hallo. Ja, komm. Ach! Tut mir leid, aber du springst mir immer in die Flugbahn, du Idiot. Hm. Okay. Aber was ist hier drinne? Nein. Er ist tot. Okay. Klack. Sehr schön. Zu vertrinkt, der starten Heilung. Heißer an der Helm. Okay. Nee, wir gehen erst wieder zurück. Gehen in die Richtung kurz. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentaren, Tipps und Tricks, würde ich mich sehr darüber freuen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.